Warum nicht einfach eine Kofferbombe bauen? Ihr jammert ständig, dass nichts los ist. Warum das alles hier zerreden? Man weiß nicht einmal, ob's wichtig ist. Warum nicht jeden Tag dasselbe anziehen? So wie die Panks, so wie die Polizei. Warum nicht jeden Tag einen Mord? Oder zumindest den kleinen Tod. Na gut, na gut, na gut. Ich geb dir recht, das bringt uns alles nichts. Aber immer nur reagieren, bringt uns auch nicht weiter. Wozu, wozu, wozu nicht morgens lächelnd aufstehen? Ein neuer Tag, es wartet. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Untertitelung des ZDF, 2020